wir müssen diese richtung schauen was wir da so haben das wäre frei da vorne aber hier oh shit oh shit das wird ja spannend das wird ja spannend hier löwe gegen bär das haben wir erstmal so das wird interessant und der löwe schafft es und der wolf kommt noch dazu sein assistent kommt sie dazu vom löwen der hat kumpels hier nicht mehr bitte ja das sind freunde das sind freunde für immer tja wo das ist ein jäger okay der jäger greift beide an bär hat es geschafft der jäger wollte ihn verraten den löwen und hat es auch getan und warum liegt das da hier was macht das denn hier gut gemacht bär hier hast du deine belohnung viel spaß deine belohnung und ich streiche alles ein so viel fleisch so viel fleisch und hier sind hirsche irgendwo und so habe ich auch mit alles mitgenommen gut so na schön da mal ein bisschen weiter haben wieder schön gesammelt da vorne ist benzin und schon wieder so etwas hier kann mich nicht beschweren wir brauchen der see und 80 prozent okay das ist genug da muss sie nicht nachfüllen und das ist auch schön aus hier okay was haben wir denn hier so das sind hier schön okay was ist das denn was ist das denn da vorne warum ist da was blau ist was soll denn hier sein da vorne okay was ist hier passiert was ist denn hier passiert es wird da vorne hin okay was ist denn hier diese hütte hier gefällt mir nicht so wirklich was sind denn hier für typen so da vorne könnten geiselnehmer sein oder ganz üble typen also schrei hier nicht rum ja ganz leise sein okay das sind typen wir haben sie gehört und sie haben uns gehört alles wegen euch toll jetzt kann ich mir nicht mehr anschleichen hier und falls sie eine geisel hatten ist die jetzt tot hm da oben ok was ist das hier für typen hm was ist denn hier los was ist das denn hier für typen und ich glaube die spur ist der gerade ernsthaft hier gespawnt ist der gerade ernsthaft hier gespawnt was zum teufel tja falls jetzt eine geisel hatten ist der definitiv tot den gibt es nicht mehr hm ok war ja klar wo sind denn hier diese typen vielleicht können wir diese situation hier noch retten was auch immer das hier für eine situation ist ist natürlich auch abgeschlossen war ja klar hm da kann ich nicht hoch ok da müssen wir ja wohl von irgendwo oben ran irgendwie hochklettern von irgendwo her ok bis jetzt keine typen hier ok wie komme ich denn hier hoch also weiter nach oben und was ist hier hm bessere Metallachst die macht noch mehr Schaden sieht aber langweilig aus hm na das sieht langweilig aus dann nehme ich dich so das sieht viel cooler aus ok was soll diese Scheiße denn hier und was soll diese Kette hier hm und ein Kamin von außen das ist ja auch seltsam oh shit hier ist niemand nö nö hier ist niemand nö nö hier ist niemand zu sehen niemand zu sehen hm aber ich glaube wir haben die Spur verloren oh fuck oh fuck nein die andere Waffe puh wo auch immer die jetzt her kam ich glaube das ist vorbei die Sache hier die Spur ist auch weg was auch immer hier ist keine Ahnung wir haben es verloren oder doch nicht die Spur geht da weiter oder wie sieht's aus hm was ist denn hier wo geht's denn weiter hier was denn hier passiert ok der Schott ist voll Sekunde das haben wir gleich so können wir mitnehmen schön was ist denn hier passiert und äh wo geht's denn hier weiter was ist das jetzt hier hm ok da ist nur das äh ok das ist verwirrend da ist echt verwirrend warum sind diese Leichen da warum kann man sie anschauen warum führt die Spur hier hin und was hat es mit diesen Banditen auf sich und diesem Haus da wo wir nicht rein können gut das kommt dann bestimmt für später die Hütte da nehm ich mal an ok hm ist aber interessant gut wir fahren mal ein bisschen weiter nach oben würde ich sagen vielleicht ist da oben noch etwas äh da sind wieder Wölfe geil wieder fleisch flech 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 fleisch flech fleisch 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 flech fleisch 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 oh der hat mich gehört so ja wohl wie kann man sie nicht anschleichen So Ich habe dann ein gutes Gespür Naja, aber dafür habe ich ein gutes Gespür mit meiner Waffe Und die mobben den armen Wolf Das kann ich nicht dulden hier So viel gegen einen Wolf Das ist nicht fair, lasst den Wolf in Ruhe Ihr Penner Lasst ihn in Ruhe hier Ich helfe dir, Wolf So Komm ran Lass den Scheiß hier So, Wolf, flieh Hab dich beschützt So Oh, ihr ist safe, gut Wir haben ihn gerettet So Ah, die Fricker sind echt nicht nett Das sind richtige Mobber So Richtige Mobber sind das Alle auf einen armen Wolf Der sich nicht wehren kann Nein, wurde doch noch erwischt Oh Was du das Du Penner, wo bist du hin? Okay, von irgendwo hier Oder da vorne ist er Bei meinem Bike Soll das das nächste Opfer werden? Hä? Ich glaube nicht Ich glaube nicht Das steht nicht auf der Karte hier So, lass mein Bike in Ruhe Hat es gerade ins Visier genommen Aber nicht mit mir Oh, das ist mein Bike Na schön Fahren wir noch ein bisschen weiter darauf Und schauen, was da noch so kommt Aber ich glaube, das hier ist Eine Mission für später Hier scheint nichts mehr zu sein Oh, hey Oh, das wäre cool, wenn wir da oben Nach oben fahren können Das wäre echt cool Sekunde, der Schießpulver Das muss ich mitnehmen Schießpulver, schnell Und jetzt schnell weg Fahr So Okay, das hätten wir Hier oben ist nichts weiter Dann kommt das als nächstes So Das nächste Doping einsammeln Das brauchen wir dringend So Um uns zu wehren hier Um zu überleben Da brauchen wir jedes Doping Was wir kriegen können Jedes einzelne So, wir fahren einfach hier lang Wir geben Gas Okay, schlechte Idee Hohoho Ja, mach schon mal Lenk den Frico ab Das war doch keine gute Idee Das hätte fast tödlich geendet So Ist leider kein GTA hier Hier können wir sterben Tja, äh Hab ich das nicht reingesammelt? Hä? Da war auch da Ist er gestorben, ernsthaft? Da hat er sein Ohr fallen gelassen Und ist er noch weitergerollt Seine Leiche Nice, klar Macht Sinn So, Sekunde Speichern So, sicherheitshalber Bevor noch was passiert Und wir hops gehen Das wäre nicht so schön Das wäre nicht so schön Schön 3, 3 Driften Enttäuschend. Schon wieder keine Horde. Och Mann. Ja, Corporal. The subject is continuing to use fur, gain mass, and an accelerated rate. Weight estimated at 400 kilograms. Up 20% from our last measurement. That's a big bear. Yeah, this isn't a bear, Corporal. Not anymore. My old man, he used to hunt them. Not here, but in Northern California. He told me about the record for largest black bear ever killed. I can't wait. New Bruntwood, 1972, over a thousand pounds. Or 500 kilograms. Since this is not part of my record, I promise you, before this guy's done running, you're bigger than that. Come on, let's get out of here before he wakes up. Right there with you. Okay. You could have killed it, so it's not out here trying to fucking eat us. Yeah. I'm the director. Let's see if it still works. Yeah. I'm the director. Let's see if it works. Well, I was feeling a little under the weather. Yeah, we're getting full of health. Schön. Thank you. So. Okay, there's a new page. I thought there was a page here. But good. But here could be something. Hmm. And above all here. So, let's go to the city. 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 So. Kurz besuchen gehen. Mhm. Das ist echt zum Schreien. Richtig zum Schreien ist das. So. Tja, dann würde ich gerne schreien würde. Dann würde ich auch mitschreien. Aber ich mache das nicht gerne. Also mache ich das nicht. Okay, wir sind da. Ja. Okay, wo sind die denn? Die sind mir geile viel tanken. Hm. Soll das ja scheiße sein. Na, so schlägt man zu. So, nicht anders. Genau so. Ha, es ging daneben. Ha, ha, ha. Na, nicht auf die Fässer da schießen. Was den Scheiß? So, schön daneben. Ha, ha. Scheiß Plünderer. Ich will hier nur in Ruhe tanken. Verpiss doch hier. Okay. Sauerstoffflaschen. Ähm, okay. Aber warum ist das hier? Das gefällt mir nicht. Ich glaube, die Musik ist schön. Okay, das war's schon. Ist Alarm. Und was soll hier sein? Hm. Hm. Okay. Ich hab das Gefühl, ja, was soll das denn? Nicht wegpacken hier. Lass den Scheiß. Ich hab das Gefühl, hier ist eine Horde. Oder so etwas. Hm. Warum sonst sind da diese Flaschen? Also, diese Sauerstoffflaschen und nicht die anderen Typen, die da dort rumliegen. Warum sind die hier? Okay. Schauen wir uns mal hier um. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Notizen oder so. Irgendetwas. Lass mal sehen. Was haben die denn hier so? Ist alles voll? Hm. Ah, hab's doch gewusst. Ah, interessant. Ein Bierfest. Oh, da mach ich mit. Da geh ich hin. Da geh ich definitiv hin. So. Hat es sich schon gelohnt, hier hin zu gehen. Allein dafür. Für Design-Ladung. Zum Bierfest. Ah, schön. Okay, hier sind ja zwei Dinger. Eins ist da und eins ist da. Okay. Gut. Mal schauen, was es sonst noch so ist. Hm. Okay. Was soll das denn hier? Was soll das denn hier? Eine Minibar? Hm. Brr, 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 brr. Ranch and Feed. Aha. Da kann man auch Rancher kaufen. Interessant. Eine Ranch. Oder ein Brunch. Kann auch sein. Hieß vielleicht früher so. Okay, aber hier ist ein Scheiß. Ja, wow. Äh. Okay, was denn zum in die Luft jagen? Ist da vorne? Okay. Alles klar. Ah, das ist das rote Dreieck da. Irritiert mich immer ein wenig. Hm. Brr, 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 brr. So, was haben wir denn hier? Hm. Ich wusste das nie. Da geh ich doch rein. Äh. Ah, ich glaub hier ist definitiv eine Horte. Wenn sowas hier ist, dann lauert irgendwo eine Horte hier. Wir haben so viele Baumfässer und so viele Verstecke und sonst irgendwas. Alles klar. Hier ist noch so eine grosse Horte. Die wahrscheinlich auch nicht zählt. Ist nur optional. Hm. Tja. Wahrscheinlich weil die für viele zu schwer sind, ist sie optional und zählt zur Quest nicht. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. So. Tja. Vielleicht. Okay, aber wie komm ich jetzt hier raus? Was will ich verarschen? Wie komm ich jetzt hier raus, bitteschön? Was hast du denn hier für einen Scheiss? Okay. Ah, ich hör sie schon. Ich hör die Horte schon. Äh, wo war denn jetzt hier die Treppe, verdammt? Bin ich blöd? Bin ich blind? Da war sie. Toll. Okay, wir können jetzt nie wieder hier in dieses Haus. Nie wieder. Wir sind hier gefangen. Okay, wo hab ich die gehört? Wo hab ich die gehört? Oh, du kannst doch nicht ernsthaft. So, komm ran hier und zwar schneller. Okay, wo sind die? Den will ich platt machen. Sind die da vorne? Wo sind sie hier? Wo verstecken diese Penner sich? Wo verstecken die sich, hä? Ah, Schnauze hier. Hör aufzustören. Ich hab Dinge zu tun hier. Wo verstecken die sich? Hast du's mal? Hör aufzustören hier. Du Scheisskerl. So. Okay. Ah, der Bleacher hält drei Schläge aus. Oregons schlechtes Top Bandit. Oh, das wird interessant zum Lesen. Okay, da vorne sind die. Da vorne sind die. Die Horde Nummer drei. Die so groß ist. Und die wahrscheinlich nicht zählt. Da vorne sind die. Hehehehe. Okay, das wird auch interessant. Hier sind die. Was zum Fick? Warum geht das zu? Was ist denn für eine beschissene Tür? Die geht zu und dann wieder auf. Ey, wie dämlich ist das denn? Hm. Okay, da muss ich näher ran. Aber da scheint eine kleine Horde zu sein. Die scheint klein zu sein. Gehst du bitte weg, du störst. Geh bitte weg, du störst. Geh bitte weg. So, halt's Maul. Muss mich auf die Horde konzentrieren. Verpiss dich hier. Keine Zeit für Ungeziefer. Okay, die sind in diese Richtung weitergezogen. Hier entkommt mir nichts. Aber wenn es eine kleine Horde ist, dann machen wir die auch so platt. Wo sind die hin, verdammt? Wer hier, die sind jetzt weg. Wo sind die hin? Sind die ernsthaft so schnell? Da sind sie. Okay, es ist eine kleine Horde. Alles klar, das wird easy. Da machen wir kurz einen Prozess. Da kommt mal ran. Hier. Da ist etwas. Moment, Granaten bitteschön. Meine Fresse, dieses scheiß Inventar. So, alles schön dahin. Da ist viel Lärm. Da ist sehr viel Lärm. So, bum bum. Bumm. Bumm bum 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 bum. Und da muss jetzt etwas warten. Einige Zeit abwarten. Ansonsten bemerken die uns. Wenn wir direkt das nächste schmeissen. Tja. Ich würde sagen, die Hälfte ist schon tot. So, schnell geht das. So, und da kommen die Nächsten. Okay, aber man muss sparsam sein mit den Granaten. Stimmt. Da muss ich sparsam sein. Dann doch lieber Rohrbomben. Bumm bum 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 bum. So wenige Tote ernsthaft. Okay, die Rohrbombe ist echt schwach. Die ist ja richtig schwach die Rohrbombe. Holy shit. So, ich war das nicht. Ich bin nicht da. Bumm. Die kann man echt leicht verarschen, okay. Und dann kommen noch ein paar. Noch ein paar Gesellen, okay. Geht mal schön da hin. Da geht die nächste Action ab. Okay, Granate ist stärker. Da muss eine Granate ran. Oh, Ringel, Ringel, Reihe. Oh, und alle sind tot. Und jetzt den Rest ausschalten hier. Schön den Rest ausschalten. Kommt ran, na los. So, das war die Horde. Alles kein Problem. So, wir müssen vorsichtig sein. Wir können keine Granaten mehr kaufen. Das will mehr jetzt sein. Dass wir das jetzt wieder freischalten müssen. Na, ganz toll. Und wir haben jetzt 30%. 70% fehlen dann noch, ernsthaft. So viele Horden, die sich irgendwo verstecken. Und die einfach nicht auftauchen. So. Ah, da wollen sie was. Danke für das Ohr. Das ist aber nett. Hier ist noch so einiges. Dankeschön. 40 Ohren. Du willst auch noch spenden. Das ist aber nett. Komm, nicht weh an. Gib das her. Dankeschön. So, und jetzt noch welche. Alles klar. Direkt nachgespawnt. Fuck. So. Wo kamst du auf einmal her? Na gut. Besser jetzt als vorher. Das wäre so ein Zübel gewesen. Wenn die da vorher gekommen wäre. Und das noch eins. Ist ja ein Schreier-Nest. Ah, ja, okay. Macht Sinn. Ah, die geben viel Kohle. Da will ich sie platt machen. Mit einem Kopfschuss. Hat nicht geklappt. Steh auf. Na los. Nicht rumschreien. Okay, selbst am... Ernsthaft. Die hält so viel aus. Komm ran hier. Nicht schreien. Du Pisser. Was soll die Scheiße denn hier? Was soll die Scheiße? Na, nicht der Versuch. So, wer will noch was? Wer hat noch nichts? So, da hast du. Und du bekommst das. Hey, wir greifen dir manchmal an. Jetzt sind wir verarschen. So seltsam, wie der angreift. Und dann dreht er noch die Kamera durch. Und man sieht nichts. Aber wo zum Fick ist die Krascherin hin? Da haut die Bitch einfach ab. So, eine feige Sau. Aber was willst du denn? Ah, shit. Komm schon. So, jetzt aber getroffen. Huch. Na, so viel Action. Das nehme ich mit. Und wir müssen heilen. Wurden erwischt. So, ist nicht nett. Oh, fuck. Hm. Ja, mach ihn platt. Mach die Beute platt. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dir. Geh das bis nur du. Du bist unwichtig. Solange hier kein zweiter Löwe ist, dann ist alles gut. Seht aber nicht so aus. Ich hoffe es. Tja, aber es läuft. Haben wieder viel Beute gesammelt. Schön. Und da liegt noch eins. Irgendwo, irgendwie. Da. Wir sind ja gestorben. Wir sind ja gestorben. Hm.